Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei über 40.000 US-Dollar, um genau zu sein bei 40.600 US-Dollar. Ja, was ist passiert, gehen wir jetzt auf jeden Fall gleich näher nochmal drauf ein. Elon Musk hat Twitter gekauft, im Endeffekt war es nicht sehr verwunderlich, ist halt jetzt offiziell anscheinend bestätigt worden. Hat den Kurs wahrscheinlich nochmal zusätzlich Auftrieb gegeben, schauen wir uns dann alles gleich nochmal an. Doch bevor wir damit starten, lasst dem Video auf jeden Fall, liked da, abonniert den Kanal und wenn ich euch auf den Sack gehen soll, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dann macht's immer Ding Dong. Auf jeden Fall, wie gesagt, momentan bei ungefähr 40.600 US-Dollar. Wir hatten gestern Abend nochmal einen ordentlichen Pump gesehen, nachdem es vorher nochmal ordentlich nach unten ging, bis auf ungefähr 38.200 US-Dollar. Was ich ja gestern früh schon gesagt habe, es kann sein, dass wir eher so einen False-Move sehen, also False-Move-Monday, einen kurzen Weg nach unten sehen, wobei ich damit wirklich gerechnet habe. Also die 36.37k schließe ich weiterhin nicht aus, ich habe die weiterhin im Hinterkopf, einfach um Strategie und alles zu planen. Man sollte ja immer noch so ein bisschen Worst-Case-Szenario einplanen. Trotzdem, wir sind bis auf ungefähr 38.200 US-Dollar gekommen, dann kam der Pump ungefähr dann, wo die Elon Musk-News rauskam oder wo sich das ein bisschen durchgesickert hat. Mit zu News-Pumps kennt ihr mich, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ansonsten, was gibt es da jetzt zu beachten? Also ich habe ja gestern nochmal ein kurzes Update in der Crypto-Chart-Analyse-Gruppe von mir reingepostet, wo ich gesagt habe, okay, die 40.500 bis 40.700 könnten wir nochmal auf jeden Fall rausnehmen. Einfach wegen dieser Ineffizienz, die hier in dieser 4-Stunden-Candle war, die wurde jetzt rausgenommen. Volumen hat dann wieder nicht gereicht, also Volumen war eigentlich top bis hier. Danach deutlich wieder abgenommen. Hat dann nicht mehr gereicht, um hier, sage ich mal, noch weiter nach oben zu pumpen, weil wir hätten hier locker Luft, sage ich mal, bis ungefähr 42.000, 42.500 Maximum, wo wir hätten nach oben pumpen können. Kurs wurde aber gestoppt. Erstmal kein gutes Zeichen, zumindest vorübergehend. Was ich jetzt erstmal rechne, ist auf jeden Fall, dass wir diesen Pump hier, den wir jetzt hier hatten, erst einmal nach unten hin nochmal füllen könnten. Wir könnten jetzt auch mal ganz kurz mal ein FIP-Level dazunehmen, ob das ungefähr passen würde. Würde perfekt hier mit diesem Pump übereinstimmen. 39.2 wäre so die neue Long-Möglichkeit, sage ich mal, um dieses Void hier zu schließen. 39.4 wäre so die risikoreichere Variante, sage ich mal, nochmal ein kleines Dümmchen darunter, um dann mit neuem Schwung, sage ich mal, nach oben hin endgültig durchzubrechen. Das wäre jetzt so das bullischste Szenario. Ansonsten halte ich trotzdem noch die 36.37k hier unten in diesem Bereich für möglich. Jetzt seht ihr ja schon diese Linie, die ich hier unten gezogen habe, auf dem 4-Stunden-Chart. Passt das nicht wirklich, deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz in die höheren Timeframes, fangen wir an mit dem 8-Stunden-Chart. Das habe ich nämlich gestern auch dazu geschrieben. Und zwar bilden wir momentan auf den größeren Timeframes. Das heißt, ab dem 8-Stunden-Chart bis auf den Daily-Chart Bullish Divergence. Ihr seht es hier. Lower Low, Lower Low und dafür aber ein Higher Low im RSI. So, jetzt gehen wir mal noch auf den Daily-Chart, da sieht man es nämlich noch besser. Also auch hier, überall Lower Lows. Vor allem hatten wir gestern eine geile grüne Daily-Candle, also schon mal ein gutes Zeichen. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, was ich gestern gesagt habe. Diese Candles hier unten. Wir hatten hier überall diese Art Fake-Outs. Immer wieder nach unten, nach unten und sofort aufgekauft. Und die Candles sind dann auch sogar noch grün geschlossen. Und so fast so ein ähnliches Szenario haben wir jetzt eigentlich auch hier. Kapitulation, fette grüne Candle. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie die neue Daily-Candle dann mal schließt. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir nochmal ein bisschen tiefer gehen. Einfach um vielleicht nochmal ein paar Longs nach unten hin zu killen. Aber gut, wie gesagt, ich schließe es weiterhin nicht aus. Bevor wir hier diesen Downtrend brechen, müssen wir erstmal ein Higher High schaffen. Und das liegt bei ungefähr 43k. Also so lange besteht auch weiterhin, finde ich, die Möglichkeit, dass wir hier nochmal runterkommen. Deswegen lieber mit Worst-Case-Szenario rechnen, in die Strategie mit einplanen, bevor hier überstürzt Long geht. Ansonsten gibt es wenig zu sagen, sage ich mal, auf den kleineren Timeframes momentan. Zumindest, wie gesagt, Void könnte noch geschlossen werden. Ansonsten, nächstes Ziel ist auf jeden Fall hier die 42 bis 42,5, weil hier einfach das nächste Void liegt und diese Ineffizienz vielleicht auch noch rausgenommen werden könnte. Trotzdem so ein Void, wenn wir jetzt einfach nicht schließen sollten und wir pumpen weiter nach oben, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal nach unten gehen. Ansonsten, Volumen hat erstmal gepasst. Schließen wir Bitcoin ab, gehen wir zu Ethereum. Ethereum auch, kurzes Fake-Out und das Golden Pocket. Wir haben nicht ganz unsere rote Linie erreicht, also es wäre natürlich Bombe, das wäre wahrscheinlich wieder zu viel des Guten gewesen, aber trotzdem. Und das Golden Pocket, kurzes Fake-Out gehabt, danach deutlicher Volumenanstieg, also sogar höher als diese letzten roten Candles, schon mal ein gutes Zeichen. Auch hier kämpfen wir jetzt mit dem 0,5er. Wichtig hier, wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribbons erst einmal nach oben hindurchbrochen. Und Bestätigung ist noch ausgeblieben, aber auch hier haben wir dieses Void. Heißt, wir könnten auch hier nochmal in dem Bereich von 2.900 US-Dollar, also 2.895 US-Dollar, noch einmal reinfallen. Auch hier, kurzer Check ungefähr mit dem Golden Pocket. Würde perfekt hier unten reinpassen. Heißt, kleines Golden Pocket antesten. Dann hätten wir auch hier vielleicht so ein gammliches Inverse Head & Shoulders, was uns dann Auftrieb geben würde. Wahrscheinlich bis ungefähr 3.173 US-Dollar. Aber trotzdem rechnet mit dem Worst Case weiterhin 2.700 US-Dollar glatt. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir die nochmal sehen, beziehungsweise 2.650. Tut es einfach in eure Strategie mit rein. Wenn ihr jetzt schon in einem Trade-Site oder hier unten Long gegangen seid, kein Problem, Stop-Loss-Entry, Profite nehmen und dann ist gut. Ansonsten, wer auf neue Long-Opportunities wartet, hier unten in diesem Bereich wäre eine Möglichkeit. Ansonsten größere Longs würde ich erst dann hier unten wieder aufmachen. Schauen wir uns den Altcoin-Markt ein bisschen an. Nachdem die Altcoins ja gestern nochmal ordentlich geblutet haben, Cardano vor allem nochmal ordentlichen Dump. Aber auch hier haben wir eigentlich gesagt, gestern im Video hier unten dieses kleine Void wird bestimmt wahrscheinlich dann nochmal gefüllt, sollte es weiter nach unten gehen. Und wir haben es eigentlich genau auf Dollar hingefüllt. Passt. Jetzt könnten wir theoretisch weiter steigen, weil es keine sichtbaren Voids mehr gibt, sage ich mal, in diesem Bereich. Gutes Zeichen hier erstmal. Jetzt ist 0.786er, beziehungsweise die 4-Stunden-E-Mail-Rubings. Erst einmal durchbrechen. Beziehungsweise wir haben Luft bis 0.95$. Da ist das nächste Void. Und die Liquidität kann man sich auf jeden Fall noch holen von den Shorts. Und dann müssen wir einfach den Markt neu beurteilen. Schauen wir uns mal Doge an. Nachdem Elon Musk ja Twitter jetzt fix gekauft hat und es ja schon Gerüchte gibt mit Doge etc. PP hat es natürlich deutlich Aufwind gegeben. Wir haben jetzt zwei signifikante Support-Zonen auf dem 4-Stunden-Chart. Einmal hier ist dieser Bereich um 0,14$ ungefähr. Plus weiter unten nochmal hier unten diesen Bereich. Den haben wir sogar schon mal eingezeichnet. Das wären so die nächsten Support-Zonen, sag ich mal, die explizit werden. Was mich hier halt ein bisschen beunruhigt ist. Ihr kennt, dieses Void gefällt mir einfach nicht. Natürlich ist es einfach wieder so ein News-Pump und sonstiges. News-Pumps nachhaltig. Meistens nicht. Mindestens wahrscheinlich nochmal diesen Bereich bis 0,138 US-Dollar. Worst Case wäre hier ungefähr diese 0,129 US-Dollar. Also diese zwei Voids gefallen mir überhaupt nicht nach solchen Pumps. Das Volumen war zwar krass, also war richtig gut. Trotzdem News-Pumps und dann solche Voids zu bilden ist nicht gut. Also Worst Case ist dann hier unten. Und dann vielleicht mit einem neuen Step einfach nach oben hin weiterhin fortzusetzen. Das stelle ich mir jetzt da erstmal so vor. Schauen wir uns XRP an. XRP ist weiter am Bluten. Auch hier können wir aber gerne mal in die größeren Timeframes reingucken. Vor allem in den Daily-Chart. Sehen wir auch hier jetzt erstmal eine Bullish Divergence. Also wir bilden Lower Lows im Chart. Higher Lows im RSI. Also auch hier könnte jetzt wirklich mal die Möglichkeit entstehen, dass wir hier wirklich den Boden gebildet haben. Vielleicht sogar eine kleine Swing-Position hier aufmachen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Muss ich mir überlegen über den Tag, ob ich da jetzt nochmal reingehe. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit aufgrund dieser Bullish Divergence. Also vielleicht hat XRP jetzt wirklich seinen Boden gefunden. Und man kann hier langsam auch mal wieder ein bisschen Spot nachkaufen. Die wichtige Zone hier unten wurde nicht mehr erreicht. Trotzdem würde ich es einfach nicht ausschließen. Sollte Bitcoin wirklich nochmal in den Bereich von 39,2 fallen, geht hier XRP wahrscheinlich auch nochmal runter. Auf den kleineren Timeframes können wir uns das auch nochmal ganz kurz angucken. So ein richtiges Void hier erkennen wir wirklich nicht. Also da mache ich mit, ehrlich gesagt mal, weniger Sorgen. Vielleicht hier dieser kleine Bereich. Aber trotzdem Volumen schon wieder deutlich abfallen. Also XRP hat schon wieder nachgelassen. Trotzdem die größeren Timeframes deuten momentan bei vielen Altcoins vor allem erst einmal einen kleinen Boden an. Schauen wir uns Luna an. Luna hat es leider nicht mehr geschafft in unseren S1. Das war ja klar, viel zu bearish gedacht. Luna pumpt einfach immer weiter. Also auch hier gibt es sich wirklich signifikant Neues. Monatspevert, Widerstand. 200 SMA hier momentan ein bisschen am Kämpfen. Ares Ice relativ hoch. Ob wir es da jetzt auf Anhieb drunter schaffen, müssen wir mal schauen. Aber gut, ist Luna. Luna macht sowieso, was es will. Gut, so viel dazu. Schauen wir uns noch ganz kurz ein paar News an. Verkauft MicroStrategy mit CEO Sailor heimlich Bitcoin. Ja, interessanter Artikel. Geht ja schon ein bisschen länger durchs Netz, sage ich mal, dass da jetzt Gerüchte rumgehen. Könnt ihr euch den Artikel gerne mal durchlesen. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich mich verabschieden. Wir hören uns morgen früh wieder. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Macht die Ding-Dong-Glocke an, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, wunderschönen Tag. Auch wenn es hier pisst wie Sau momentan draußen. Aber egal. Soll uns nicht abhalten, dass wir vielleicht doch ein bisschen bullischer werden. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann wie immer. Ciao, ciao. Stay Crypto.